Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder bei MontGabriel am Start und zwar mit dem neuen Part Pokémon Saru. Ja, und wir sind ja jetzt in der Stadt und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt groß hier umsehen, schauen wir mal ganz kurz zu der Arena. Wir haben 5 Tränke dabei, ich glaube nicht, dass wir was kaufen können, was besseres. Ich schau aber trotzdem mal rein, in den Laden. Ich weiß noch, weil ich mich ja schon in der Stadt umgesehen habe, dass es im Museum nichts gab, das heißt, das Geld können wir uns sparen. Ja, exactly, exactly. Und wir sehen hier schon Potions 400. Normalerweise 300, hier kosten sie deutlich mehr. Ähm, okay, wir haben ein Antidote, wir haben ein Paralyze Seal und okay, das heißt, es sollte passen eigentlich. Jetzt ist ja das Geld noch ein bisschen knapper, ne? Aber es sollte im Großen und Ganzen okay sein. Ich glaube auch hier rechts oben war was. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ne, anscheinend war hier nichts. Aha, anscheinend war hier ein Pokéball. Okay, ja gut. Aber wir müssen alles mitnehmen, was wir können. Ähm, das gehört sich einfach dazu. Und hier haben wir Pewter City Nazi Base, Leader Corp. Oh ja, oh ja. Und da gehen wir erstmal rein. Dann gehen wir erstmal rein. Ähm, schauen wir mal. Hier steht tatsächlich gar nichts mehr, ne? Der Text wurde removed. Und wir haben hier Team Rocket. Team Rocket Socket haben wir hier. Okay, ich würde auch sagen, wir leiden mit, äh, mit Timmy. Ich glaube, das ist ganz, ganz okay. Warte, du bist ein Rebell? Ja, ich muss, ich muss dich loswerden. Okay. Und ja, wir haben hier einen, äh, einen Nazi-Guy. Uh, der Nazi-Guy. Und der hat einen Mettestell. Bin ich gespannt, was das ist. Ähm, ich werde mal hier für einen Absorber gehen. Einfach, um zu scouten, was jetzt das Ding ist. Okay. Oh, okay. Okay. Ähm. Ich schätze mal Bodengestein. Ich schätze mal Bodengestein. Und ein Tombstone. Genau. Ähm. Bei dem Ding weiß ich noch. Das Ding war das, äh, was Ghost-Type ist. Und was, äh, was, was eben Shadow-Tag hat. Ja, das hat, äh, das ist, das ist da definitiv nicht so cool. Das hat, glaube ich, auch Rockslide. Oder ist es Gestein, Geist, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es Geist, das weiß ich. Und wir krypten es weg. Okay. Okay. Ähm, das heißt, wir können ohne Probleme jetzt zum, jetzt zum Arena-Leiter gehen. Was nice ist, schätzungsweise, ja. Definitiv nice. Und wir sind fast Level, Level 12. Wow. Wow, wow, wow. Und ich vergesse immer wieder Discord auszumachen. Ich vergesse immer wieder Discord auszumachen. Hm. Ein Kind? Äh, Rebellen haben wohl ihren Verstand verloren, oder? Egal. Ich bin Korb. Ich bin Pewdas, äh, Baseboss. Und ich wette, du kannst keinen Kratzer auf meine Pokémon leben. Das ist richtig. Meine Pokémon sind alle Gesteinstypen. Mwahaha. Wirst du die, wirst du die Herausforderung annehmen, obwohl du weißt, dass du verlierst? Nachdem ich dich geschlagen habe, werde ich sicherstellen, dass du niemals wieder das Licht des Tages sehen wirst. Also gut. Zeig mir dein Bestes. Okay. Und der Korb. Der Korb. Wir geben dem Korb mal einen Korb hier. Ne? Okay. Und er hat hier Mattis Töll. Level 14. Aber das wird Timmy schon nehmen. Das wird Timmy schon nehmen. Hoffe ich mal. Defense Curl. Defense Curl. Defense Curl. Ja, ja. Aber Defense Curl. Defense Curl macht nichts gegen. Absurder. Tchuch, tchuch, tchuch. Oh ja. Richtig gut. Richtig gut. Aber das, das knockt ihn nicht mal aus. Und ihr werdet gleich sehen, wenn er uns angreift. Das macht Millionen, glaube ich. Okay. Geht, geht für eine Potion. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir ihn ausknocken? Bitte sag, wir können ihn ausknocken. Boah, das wäre richtig gut. Oh ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay. Nice. Richtig, richtig nice. Oh, das Ding. Wenn das Ding gone ist. Boah. Das ist ja richtig gut. Und wir sind Level 11. Oh ja. Oh ja. Wie viel Attack haben wir? Special Attack plus 1 nur. Ja, wir sind aber richtig langsam. Also 26. Oh. 26 Special Attack geht voll klar. Tektor pennt. Oh, ihr habt keine Ahnung, was das ist. Ich bleib einfach mal drin. Was zur Hölle. Wieso sieht das Ding scary aus? Wieso sieht das Ding scary aus? Oh mein Gott. Oh mein Gott. No. No. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Low kick. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diesel. No. Okay. Rock 2 macht zum Glück Zero, weil wir vierfach resistant sind. Also macht trotzdem Millionen. Holy Crap. Holy Crap. Ja, low kick ist halt. Holy Crap. Low kick macht einfach Zero. Und ich muss davon ausgehen, dass das vierfach effektiv ist. Oh mein Gott. No. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das macht immer noch genauso viel Schaden. Oh mein Gott. Das ist ja richtig scary. Komm, wir müssen mal critten. Wir müssen mal critten. Und es ist anscheinend... Wir sind anscheinend in einem Speedtime mit dem Ding. Komm, critte. Diesel. Und bitte sagt mir, er hat nur einen Trank. Das wäre super. Das wäre richtig, richtig gut. Komm, let's go. Diesel. Low kick. Ah, Diesel, man. Diesel, Diesel, Diesel. Ich glaube, wir nehmen mal eine Potion hier. Was wir wieder bei Max HP sind. Einfach hier sicher zu sein, falls sein nächstes Pokémon auch irgendwas richtig übertrieben Stärkes ist. Aber Holy Crap. Low kick macht einfach Zero. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Stahlgestein sein. Aber gut. Das heißt, wir haben das Ding down. Wir haben das Ding down. Keine Ahnung, wie wir da ohne Diesel durchkommen hätten sollen. To be honest. Holy Crap. Ja, und wir bekommen schon 300 Erfahrungen, obwohl wir geteilte Erfahrungen haben. Oh, jetzt Karate-Job. Okay. Und ein Dronogu. Schauen wir mal. Ich glaube, da ist Timmy wieder besser. Bin ich aber auf jeden Fall gespannt, was jetzt kommt. Ich gehe mal für Absorber. Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist... Aber nur Level 13. Das ist alles, was ich weiß. Okay, okay. Und er verfehlt aber. Ich gehe mal hier für eine Konfusion. Einfach für die Vermutung, dass er Kampf ist. Er ist nicht Kampf. Okay. Und es war ein Crit. Und er verfehlt wieder. Oh mein Gott, ist das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lucky. Lucky. Richtig lucky. Oh mein Gott. Okay. Also effektiv, ne? Effektiv haben wir bloß Timmy und Desil gebraucht. Okay. Und wir haben General Corp besiegt. Ich habe... Ich habe euch unterschätzt. Also habe ich verloren. Als Auszeichnende des Sieges werde ich dir das... werde ich dir dies geben. Das offizielle Pokémon League Bowler Badge. Von Brook? Wie von Brook? Na, das war doch dein Nazi-Chef Corp. Den habe ich doch richtig weggekorbt. Und sie machten ihn mehr stärker. Und ich kann nun Flash benutzen. Und ich habe 1300 bekommen. Okay. Das ist schon mal fast mein gesamtes Geld. Warte, das ist meins. Oh ja, habe ich richtig ausgeraubt. So, TM39. Wir bekommen TM54. Okay. Ähm, gut. Whatever. Ähm, ja, gut. Er sagt, wir machen es nicht weiter. Ich glaube, wir machen es schon weiter. Ich glaube, wir machen es schon weiter. So. Er sagt aber was zum TM54. Wir haben trotzdem TM39. Mir war klar, dass Diesel das kann. Aber wir hätten das trotzdem mal behalten. Aber Diesel mit Karate-Job. Karate-Job. Boah, richtig gut. Richtig gut mit dem Karate-Job. Okay. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Es gibt viele komische Pokémon in Mt. Moon. Okay. Ne. Ähm, ich glaube übrigens, dass hier wieder die Amber gibt. Hier oben. Das heißt, es gibt auch Fossil-Pokémon in diesem Spiel. Äh, ich werde aber trotzdem mal hier oben schauen. Vielleicht gibt es hier wieder irgendwas. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht in diesem Spiel. Und ich will definitiv alles mitnehmen, was es in diesem Spiel zu finden gibt. Einfach, weil die Preise so, um so vieles höher sind. Und weil es natürlich ein neues Spiel ist. Das heißt, äh, es ist nicht alles, äh, gleich. Ja. So. Peak Eye, Sitz. Peak Eye, Bow Bow. Okay. Ja, es ist finicky. Okay. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Das ist gut. Ähm. Hast du irgendwas zu sagen? Hast du das Museum ausgecheckt? Nein. Nein. What? Nein. Dankeschön. Ja. Wow. Mhm. Super toll. Dankeschön. Du bist ein sehr, sehr netter Mensch. Ich hoffe, dir passieren einige Unannehmlichkeiten im Laufe des Tages. So, ich hoffe, der stößt sich seinen kleinen Zeh am Tisch an, ey. Ohne Scheiß. Den empführt er uns einfach, weißt du? Der sagt einfach, hier, nimm mit. Und dann eine Zehnjährige, ne? Einfach so nehmen. Es ist, äh. Ja, ne? Dieser Korb-Typ ist wirklich nervig. Äh, denke, er ist der heiße Shit, nur weil er ein General ist. Oh ja. Oh ja, der heiße Shit. Ja, ja. Korb war nicht so der heiße Shit, ne? Den haben wir in heißen Shit hier schön mal in seine... Ja, okay. Ähm, gut. Äh, wir werden mal Diesel hochreingehen. Und ich glaube, dann, äh, sind wir erstmal good to go für die nächste Pokémon-Route, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, ich bin auch gespannt, was für ein Level die jetzt hier haben. Ab jetzt ist komplett alles blind. Also, sogar, äh, Brook war schon, oder, oder Korb war relativ blind. Ähm, ich wusste, wie gesagt, nur das erste Pokémon von ihm. Aber gut. Ja, man muss auch sagen, ähm, es ist diesmal deutlich einfacher. So. Ähm, nice. Äh, wir haben hier einen... Okay, was willst du denn? Oh, Belly. Ich bin froh, dass ich dich, äh, gefunden habe. Ich bin Kolibris Hilfe. Ich soll dir das geben. Oh, die Running Shoes. Ja, ja. Richtig gut. Okay. Ja. Well, also, ich muss wieder zurück ins Labor. Bye, bye. Okay, gut. Nein, ich will keinen Netter. Äh, keinen, keinen Letter. But not... Habt ihr das gerade gelesen? Ich dachte, das wäre die normale Ding. Äh, aber nee. Sorry, ich wollte es dir eher geben. Aber der Erfinder war einfach zu faul. Aber nicht zu faul, um diesen Brief beizulegen. Geil. Geil. Das ist schön. Das ist durchaus schön. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nee, haben wir nicht. Okay. Gut zu wissen. Ähm, aber die ist immer ganz nervig. Die ist immer ganz nervig hier. Ähm. Ich würde mit Kucha leiden. To be honest. Ich glaube nämlich, dass Kucha das erste Pokémon ist, das sich entwickeln wird. Entschuldige mich. Du hast mich angesehen, oder nicht? Nee, ich schaue hoch. Hallo. Hallo. Boah. Nein. Boah, so eine, so eine richtige. So eine richtig dumme, ey. Okay. Die hat einen Barzi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hello. Wie mache ich denn? Und er hat Härtner. Naja, das ist ja wundervoll. Das ist ja wundervoll. Ich gehe trotzdem mal für den Quick Attack. Einfach um zu scouten, wie viel er macht. Immer noch genug Tackle macht. Millionen. Schon wieder. Und Schnabel macht genauso viel. Okay. Ich glaube, es ist aber ein Two-Hit. Hier an der Stelle noch. Ja. Kucha ist halt einfach leider noch nicht stark genug, ja. Kucha kann alleine noch nicht, noch nicht wirklich viel machen. Das ist das Einzige, was schade ist. Und er hat noch keine, äh. Und außer Barzi haben wir auch wirklich nichts, was, äh, was sehr gut wäre gegen Chirpity tatsächlich. Wir haben halt zwei Graspokémon, was halt ärgerlich ist. Aber gut. Ja, ich schätze mal, wir gehen für die Packs. Chirpity ist halt eher defensiv besser, glaube ich, oder? Wie viel Attack hat dein Pack hier in dem? Ich dachte, dass er stärker ist als Tackle. 35, oh, ne, Tackle ist sogar stärker. Never mind. Never mind. Neutral ist Tackle sogar stärker. Sehr, sehr interessant. Aber ich werde das nicht nehmen. Ich werde das nicht nehmen. Ich muss in Diesel gehen. Diesel ist hier der beste Zug, glaube ich. Und dann gehen wir erstmal wieder zum Pokémon Center. Ja, das ist, das ist die Sache. Das ist die Sache, ne. Ah, wenn wir am Anfang schon fünf Pokémon trainieren, dann, äh, definitiv schwer. Definitiv schwer. Karate Chop ist aber richtig overpowered. Jetzt schon. Weil ich glaube, das ist eine Base... 70er Attacke. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich schaue gleich mal nach. Ich glaube nur, dass sie eine sehr, sehr hohe, äh, eine sehr, sehr gute Attacke ist hier für das Level schon. 50, ja. Base 50. Das ist schon mal deutlich höher. Das ist, äh, schon mal ein Viertel höher als Tackle. Und das macht sie halt richtig, richtig stark. Absorber ist ja, glaube ich, Base 20. Und das macht sie, das macht sie richtig stark, die Attacke, ja. Definitiv. So, ich bin auch schon gespannt, was wir dann im Mountain Moon fangen werden, ja. Wird nämlich auch schön, äh, was wir, was wir da ran fangen und was wir jetzt hier fangen. Auf der neuen Route. Weil ich würde definitiv gerne bis jetzt alle Pokémon eigentlich behalten, ja. Auch wenn wir Double Grass haben, auch wenn wir Double, äh, Double, 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 Double Normal haben. Glaube ich. Ich weiß ja nicht, in was sich Ketten entwickelt. Es könnte ja sein, dass sich das in Broken Mon entwickelt, ja. Hey, ich habe dich in Viridian Forest gesehen. Oh, ich sollte da vielleicht... Ich glaube, da ist Bazi besser. Ich glaube, da ist Bazi besser. Okun. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist ja richtiges Fressen für Kuscha. Das ist ja richtiges Fressen für Kuscha. Oh ja, und Instant Crit. Kuscha, der hat Bock. Der hat richtig Bock. Der hat einfach richtig, richtig Bock. Wenn Kuscha jetzt nochmal crittert, dann wäre er natürlich super sick. Aber ne, macht er nicht. Okay. Ich glaube, ich werde auch jetzt einfach für Tackle gehen. Weil, äh, ja. Ne? Äh, die Quick Attacks könnten wir eventuell noch brauchen. Und wir sind sowieso schneller. Und, ja. Basepower ist gleich. Und wenn wir müssen, ist es auch nicht so schlimm. Dann macht er effektiv eine Runde weg. Und er hat nichts anderes außer Harden. Die Okuns werde ich aber auch alle Kuscha geben, wenn ich ehrlich bin. Die will ich definitiv alle Kuscha geben, weil ich glaube, dass Kuscha das schwerste Pokémon zum Leveln ist. A-Beatle, ja, gegen A-Beatle werden wir aber definitiv in Barzi gehen. Da ist Barzi definitiv der Beste. Ich glaube, der hat auch alle drei Formen, oder? Ich glaube jedenfalls, dass er im ursprünglichen Spiel alle drei Formen hatte. Äh, Peck sollte ein Two-Hit sein. Oh mein Gott, A-Beatle ist halt richtig tanky. Ja, die Pokémon, unsere Pokémon sind noch richtig schwach, weil sie halt einfach die, die, äh, First-Stages sind. Fury Cutter. What? Okay. Okay. Ja, und Barzi ist halt auch ein defensives Mon. Das sieht man schon an der Eierschale und auch der Tatsache, dass er Herdner erlernt. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie seine Evolution aussieht. Ja, 17 und 12. Physisch defensiv ist das Ding auf jeden Fall sick. Aber es hat halt kaum Attack, was halt Sadness ist. Und ein Ugwurm hat er noch. Okay, Ugwurm ist fein. Ugwurm ist definitiv fein. Das sollte aber ein Two-Hit-Kaos sein. Oh, Stringshot. Ja, und er ist auch langsam. Also ein Flying-Type, der langsam ist, ist auch generell komisch. Ja. Also ein Normal-Flying-Type, der langsam ist, muss man dazu sagen. Ja, Ugwurm ist da definitiv, ähm, definitiv eine schwächere Defensive als A-Beatle. Ja. Muss man natürlich auch sagen. Muss man natürlich auch sagen. Hm. Hm. Interessant. Sehr, sehr interessant. Gut. Aber das, äh, damit sind wir fast schon Level 12. Ich glaub, Barzi entwickelt sich Level 16. Also wenn er wie die normalen Vögel ist. Und dann müsste sich, ähm, dann müsste sich Kuscha mit Level 20 entwickeln, glaub ich. Ungefähr, ungefähr, ja. Oh ja. Ja, das Cat Mirror. Oh, aber das Cat Mirror verlieren wir. Das Cat Mirror verlieren wir. Egal, ich geh mal, ich geh mal für den, ich geh mal für den Tail Whip. Einfach, um hier den Chip Damage zu bekommen. Oh, und Kuscha ist sogar schneller. Oh ja, oh ja, und er geht für den Tail Whip selbst. Okay. Kuscha, let's go. Kuscha, Kuscha. Oh, no, no, Kuscha, Kuscha, Kuscha. Oh, 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 Kuscha. Oh, Kuscha. Boah, boah, Kuscha. Knock ihn aus. Let's go, let's go, Kuscha. Let's go. Let's go. Ich dachte, du bist, ja, das war, das ist Fehleinschätzung. Grandiose Fehleinschätzung meinerseits. Ähm, hätten wir nicht, äh, Frogschen. Frogschen, also es ist Frosch drin. Es könnte Wasser sein. Weil Frösche ja generell, äh, im Wasser sind. Ich könnte aber auch sehen, dass es Gift ist, weil es ja sowas wie Pfeilgiftfrösche gibt. So, Frogschen. Frogschen. Wenn's natürlich Wasser ist, dann ist natürlich Kulrabi oder Timmy richtig geil. Ja, richtig sick. Wenn natürlich Gift wäre, dann, äh, ich wechsle mal in Kulrabi. Es gibt sowieso nicht so viele Gifte, äh, gute Giftattacken. Auch nicht bei dem Level. Das Aussehen hilft mir jetzt auch nicht weiter. Das Aussehen hilft mir jetzt definitiv auch nicht weiter. Okay. Absorber. Bist du vom Typ Wasser oder bist du vom Typ Wasser Gift? Du bist vom Typ, nur vom Typ Gift. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay. Nur vom Typ Gift. Das heißt, Timmy wäre da generell gut. Allerdings, glaub ich, ist Dazel da besser. Weil wenn er nur vom Typ Gift ist, dann hat er wahrscheinlich nicht viel, um uns zu treffen. Okay, Lear. Lear sollte fein sein. Hat er noch ein Secondary Typing? Hat er noch ein Secondary Typing? Nee, hat er nicht. Aber das macht Millionen. Okay. Mudslap! Bist du Ground? Ich meine, es gibt auch Kröten. Kröten wären definitiv was, was ich Ground sehen könnte. Moment, wir gehen mal in Timmy. Wir gehen mal in Timmy. Das sollte auf jeden Fall eine Attacke aushalten. Er geht für Lear. Das sollte okay sein. Das sollte okay sein. Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben hier Summary. 22 Defense. Kodabi hat deutlich weniger. Wir haben mehr HP. Ja. Das sollte fein sein. Das sollte fein sein. Und wir sind schneller. Nice. Und wir haben es ausgenockt. Okay, nice, nice, nice. Ich werde gleich mal den Pokédex schauen, was der Typ von dem Mon ist, wenn wir das natürlich so sehen können. Ich weiß noch nicht, aber... Nein, Ground kann er nicht sein. Ground kann er nicht sein. Ground kann er nicht sein. Sonst wäre Absorber Neutral gewesen. Schauen wir mal ganz kurz. Wir wissen nicht, was für ein Typ sie sind. Wir wissen nicht, was für ein Typ sie sind. Das heißt, wir müssen uns komplett darauf verlassen, über die Informationen, über die wir... über die Pokémon haben. Und wie die Pokémon aussehen. Wow. Okay. Ich kann auch sehen, dass sich dann eventuell... Koldabi in einem Wasser-Pokémon entwickelt, weil er ja, glaube ich, auf einer Waterlily basiert. Also auf einer Seerose. Und die sind... Sagt der Name ja schon Seerose, ne? Also kann ich definitiv sehen. Ich könnte sehen, dass Barzi dann eventuell zum Rock-Flying-Type wird. Muss ich sagen. Cat wird wahrscheinlich purer Normal-Type bleiben. Außer sie machen irgendwie wirklich Grumpy Cat draus. Was ich ja schon gememt habe jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Ich will definitiv erst den hier machen, dass wir die Ausgangsoptionen haben. Ja, die sind mir wichtig. Die sind mir definitiv wichtig, die Ausgangsoptionen. Aber da müssen wir auf jeden Fall vorbei bei dem. So. Kelvin. Und der hat ein Sandtrap. Level 15, Alter. Okay. Okay. Arena Trap. Arena Trap. Okay, okay. Spikes. Okay. Okay, bitte sei jetzt nicht Gestein. Bitte sei jetzt nicht... Er ist nicht Gestein. Weiß... Fuck. Okay. Wir müssen hoffen, dass er nicht Weißgrip einsetzt. Sand Attack. Okay. Okay, Sand Attack ist fine. Sand Attack ist definitiv fine. Okay, solange er Sand Attack einsetzt, sind wir noch safe. Solange er noch Sand Attack... Und wir critten ihn. Oh mein Gott, bitte. Bitte überlebe. Bitte überlebe. Bitte überlebe. Kusher. Kusher. Ja, Kusher. Okay, ich werde definitiv jetzt erstmal auf die Tränke gehen. Definitiv erstmal auf die Tränke gehen. Wir riskieren zwar damit den Crit, aber wenn wir müssen, ist es schlimm. Wenn wir müssen, ist es schlimm. Und er verliebt sich. Ja, Mann. Kusher. Kusher, Mann. Okay. Okay. Und er macht 17 Schaden ungefähr. Bitte, bitte erstare. Bitte erstare vor Liebe. Bitte erstare vor Liebe. Bitte, komm. Let's go. Nein. Okay. Das heißt, zwei Tränke haben wir noch. Zwei Tränke haben wir noch. Dann müssen wir es riskieren. Okay, let's go. Du bist immer noch verliebt. Immobilized. 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 Nein. Okay, let's the Potion. Komm. Immobilized. Immobilized. Sand Trap. Sand Trap. Immobilized. Ja. Ja. Ist immobilized by love. Okay, let's go. Kusher. Kusher, Mann. Kusher. Ja, Mann. Okay. 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 Okay, der ist mittlerweile relativ heiß sogar. Boah. Aber jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich, ne? Arena Trap habe ich bis jetzt schon einmal gesehen. Und dieses, dieses Grab-Pokémon. Dieses Grab-Pokémon. hatte, ähm, Shadow-Tag. Also, ne? Boah. Also, ja, ne? Das ist richtig bitter. So, Poké-Bälle. Wie viele haben wir denn da noch? Zwölf. Ist das fein. Fünf Tränke werde ich mir auf jeden Fall holen. Und damit haben wir nicht mehr genug Geld. Okay. Okay. Das heißt, die Poké-Bälle lasse ich mal noch. Aber wow. Wow. Ja, das meinte ich. Das meinte ich mit dem Spiel. Das Spiel, ähm, spielt sehr, sehr viel mit Trapping. Das heißt, Shatchel wäre definitiv ein gutes Item. 100%. Like, ne? Und es macht halt, äh, einen Switch-Out viel, viel, viel schwieriger. Das heißt aber auch, dass unser Chirpity wahrscheinlich unser bester Lead ist gegen Leute, wo wir nicht einschätzen können, mit was sie leaden. Einfach aus der Tatsache, dass wir nicht Arena Trapped werden können. Ja? Wäre natürlich besser so. Wäre natürlich besser so, ja. Definitiv. Aber das kann einfach nicht sein. Ich will, ich will nicht irgendwas dafür verlieren. Ich meine, ich habe jetzt gerade mit Kuscha, dass Kuscha überlebt, 2000 geopfert. Das sind 10 Poké-Bälle. Ja? 10 Poké-Bälle. Ähm, weil ich Kuscha retten wollte. Was halt, äh, ist halt ein Investment, das man machen muss, ne? Ist halt ein Investment, das man machen muss. Kann ich definitiv auch nachvollziehen, dass ich das, äh, ich glaube auch, dass es richtig war, ne? Ich glaube definitiv auch, dass es richtig war. Ähm. Wir hätten zwar, wahrscheinlich, ne? Also, wenn man jetzt mal logisch betrachtet, ist Kuscha wahrscheinlich das schwächste Member von unserem Team, gerade im Moment. Allerdings, ist er einer der ersten Member, die sich wahrscheinlich entwickeln werden und wird dadurch dann zum stärksten Member werden. Ja? Am schnellsten. Von dem her würde ich das nicht unterschätzen und ich glaube, dadurch ist es ein Investment. Aber wir müssen ihn natürlich erstmal auf diese Level 20 ungefähr bekommen, dass er sich entwickelt. Ich glaube nicht, dass er ein Mon ist, das einfach so, oh ja, und das hat jetzt Twin Needle mittlerweile, das Uguam. Das hat es, glaube ich, mit Level 7 erlernt. Bitte keine Poisen. Dankeschön. Super. Super, super, super. Ähm. Bazi wird natürlich auch noch stärker werden. Und ich muss sagen, ähm, wenn ich sehen könnte, dass sich ein Pokémon nicht entwickelt, dann wäre das tatsächlich, ähm, Ukun. Ukun ist natürlich gefunden, das Fressen für Kuscha. Ähm. Wenn ich sehen könnte, dass sich ein Pokémon nicht entwickelt, dann wäre das Diesel. Das würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn sich Diesel nicht entwickelt. Aber, ja, ne, das ist natürlich, das ist natürlich so eine Sache dann. Definitiv. Definitiv. Ähm. Er kann sich natürlich trotzdem entwickeln. Ich meine, dass sich ein Pokémon nicht entwickelt, das, äh, ist ja, das sieht man bei, bei den wenigsten Pokémon, ja. Und wir müssen natürlich auch schauen, ob sie irgendwelche Pokémon durch Steine entwickeln, ne. Das ist natürlich auch eine Sache dann. Tausch-Pokémon sind natürlich, äh, ausgeschlossen schon. Weil er ja, weil der Ersteller ja wusste, dass er, dass sich die Pokémon hier nicht, äh, nicht tauschen lassen werden. Äh, ja, aber sowas wie Wasserstein, Mondstein, Feuerstein, Donnerstein, sind natürlich alle im Game drin. Und, äh, das wird definitiv auch noch eine Sache, ne. Und ich weiß noch bis jetzt nicht, wie die letzte Entwicklung von diesen Okun ausschaut. Weil ich hab, ich hatte ja beim ersten Durchgang, äh, Durchgang ja einen Ugwurm. Und das, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich ein A-Beatle in Okun entwickelt, weil, äh, sich mein Ugwurm mit Level 10 nicht entwickelt hat. Ha? Aber gut. Buckhatcher Greg. Das ist okay noch. Aber jetzt haben wir noch eine Göre. Noch eine Göre und noch einen, komm, ich werd erstmal mit dem hier noch anfangen. Den machen wir noch und den encountern wir mal auch noch. Und die Göre machen wir noch. Okay. Das heißt, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal nochmal ein Ugwurm. Okay, Ugwurm ist komplett fein. Bazi, two-hitted den. Mit einer Pack. Das sind 35, 70 Step. Ja, 70 Step. Stringshot ist okay. Ich glaube, dass ein Bazi immer noch schneller ist. Weil Bazi relativ... Na, so speedy ist Bazi jetzt nicht. Ja. So. Wie gesagt, das Einzige, wovor ich Angst habe, dass mich eine Twin Needle mal poisent. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was passieren könnte. Okay, Ugwurm geht down. Ich weiß natürlich auch nicht, was für eine Level Cap er hat, ne? Und Lear. Boah, nein, Bazi. So was brauchst du auch nicht. Amo, Beedle. Hold up. Woah. Okay What What Das Ding ist Stil Das Ding ist Part Stil Okay Das Ding ist Part Stil Das Ding ist Käfer Stil Diesel Definitiv Diesel Ähm Er ist definitiv noch Part Käfer Ja Und Diesel ist da richtig richtig gut dagegen Ähm Okay er ist Part Käfer Käfer Stahl glaube ich Das werden wir auch gleich sehen Käfer Gestein oder Käfer Stahl wäre meine Vermutung Ja Und es scheint so Es scheint so Auch diese Die Klinge mit dem Blut dran Wow Käfer Stahl Richtig cool Richtig cool das Ding dann Holy Crap Hätte ich auch gerne gehabt Hätte ich auch Hätte ich definitiv auch gerne gehabt das Ding Sieht richtig cool aus ja Bis jetzt sehen alle Pokémon richtig cool aus Wenn ich ehrlich bin Wow Wow Amo Beetle Richtig cool das Ding Hm Und bringt bestimmt auch richtig gute Erfahrung Nicht mal Aber wir haben James besiegt Okay Hm Okay Gut Ähm Ich würde mal sagen Ich Fange bei der Görde mal mit Tini an Wir können jederzeit wechseln Und Ja Ich glaube das ist okay Sie fängt mit dem Cat an Okay Wenn sie mit dem Cat anfängt Das ist okay Das ist okay Ich kann nämlich in unser eigenes Cat wechseln Ich kann aber auch den Damage mal nehmen Und erstmal für eine Jaja Weil das macht Zero Das macht Zero Wir können hier für eine Confusion gehen Das wird ein bisschen über die Hälfte machen Ja Genau Exactly Und jetzt können wir in Kuscha gehen Ähm Nehmen den Quick Attack Oh ja Sogar den Tail Whip Den Tail Whip nehmen wir definitiv auch Und können jetzt hier für den Quick Attack gehen Und das Ding rausnehmen So Easy Kriegen dann nochmal hier unsere Easy 60 Erfahrung Puffstar Boah keine Ahnung Das sieht aus wie ein Kirby Schauen wir mal Wie viel Schaden machen wir Richtig guten What What Okay Okay Kuscha Let's go Crit Kuscha Oh mein Gott Oh mein Gott Kuscha Kuscha ist so ein MVP Unschmarr Kuscha ist so ein MVP Der carried der Junge Der carried so hart Oh mein Und Ja 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 Ich hab's gesehen gerade Ja 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 Hier ne Ja 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 Ne Überhaupt nicht auffällig Überhaupt nicht auffällig Hier ja Überhaupt nicht auffällig Aber gut Äh ich find's gut Dass er das Relativ Äh Anzeigt Relativ nett Der hier kümmert sich um das Blumenfeld Das weiß ich noch Ne Mal Ja 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 da Wahrscheinlich ist das Eis normal Das heißt, es wird wahrscheinlich Komplett destructed von Dazel Dazel kommt, Karate Chop Easy weg Okay, wissen wir für das nächste Mal Ich hätte jetzt nur auf normal getippt Aber gut Wenn er so ist, dann definitiv So, mit was wollen wir denn Leaden Ja, ich glaube, Timmy ist fein Timmy ist okay Ist zwar jetzt nicht das schnellste Pokémon Aber ich glaube, Timmy ist okay So, und wir haben What? Ein Rollball Okay, was ist denn unser Unsere schwächste Attacke Ich glaube, Dazel mit Tackle, oder? 24 Attack Oh, ne, Kohlrabi mit Tackle Kohlrabi mit Tackle ist unser schwächstes Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in Kohlrabi Und Tackle in das Rollball So, weil ich das nicht ausknocken will Die Fanskill ist natürlich richtig gut Ja, die Fanskill ist natürlich richtig gut Aber da macht die Tackle jetzt nicht allzu viel Schaden Okay, 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 okay Wir müssen schnell machen Nein Oh, Kohlrabi, Mann Oh Ja, ich glaube, Kohlrabi Wollt einfach richtig Level 12 werden Kohlrabi Wollt einfach richtig Level 12 werden Das ist Sadness Das ist Sadness Ah, das ist richtig Sadness Ja, gut Ja, gut Ähm Ich glaube, wir fangen wieder mit Kusche an Bei der Görde So, und ich bin gespannt Ich bin gespannt, was die jetzt hier hat Okay, Görde Nen Rollball Die hat Nen Rollball Level 15 Oh mein Gott Ich gehe erstmal für einen Quick Attack Einfach um zu scouten Wie viel Damage wir machen Aber er geht schon für die Defense Girls, ja Und wenn er für den Rollout geht, dann Ne, ne, ne Ne, ne Hier spielen wir jetzt nicht rum Hier spielen wir jetzt nicht rum Diesel hat ein super Typing dagegen Und Echoed Voice Okay Ja, aber der Karate Job sollte da einiges machen Ja, ja Rollout macht literally Zero Das war sogar ein Crit Und Das ist auf jeden Fall Normal Type Und Karate Job macht die Hälfte Ja, das ist schon mal richtig gut Das ist schon mal richtig gut Der macht immer noch zwei Und jetzt ist Gone Rollball Level 15 weg Okay Das ist richtig gut Das ist richtig, richtig, richtig gut Kusche wird Level 13 Kriegt jetzt auch Biss Okay, das heißt Er kann mittlerweile auch Geisttypen Äh Anlangen Das ist nice Das ist definitiv nice Und die Route geht hier noch weiter Okay Ich nehme lieber eine Rest Okay Ich frage mich, ob man sich hier auch ein Pokémon kaufen kann Bist du ein Trainer? Bist du ein Trainer? Ne Äh, ich wollte in dem In dem Palais spielen Aber da sind Nazis Sie haben Äh, jedem verboten Weiter zu gehen Okay Aber ja, die normalen Trainer geben mir schon Probleme Ne, also wollte ich nur mal gesagt haben So Gut Wir werden natürlich jeden Stein überprüfen Das ist natürlich klar Es könnte ja sein Es könnte ja sein In einer entlegenen Welt Was sagst du eigentlich? Autsch Ich bin über ein Metastel gestolpert Ich glaube, das ist die Kleinstell Der Kleinstell Verschnitt Ich glaube, das ist der Kleinstell Verschnitt Okay Okay Sechs Pokébälle in meinem Äh Belge Ist das okay? Was bist du? Ich habe gehört Dass ein Nazi Einen Viel Ärger in Cerulean City gemacht hat Diese Äh, diese Typen haben keine Manieren Manchmal hast du Äh Wirst du zu viele Pokémon haben Um mehr hinzuzufügen Ja Okay Der sagt uns, wir sollen was storen Und können wir bei dir was kaufen Hallo Süßer Ich habe einen Deal Nur für dich Ich werde dich ein Ein geheimes Pokémon Und einen Dampfisch Für nur 500 haben Ich werde das definitiv kaufen Ich werde das definitiv Äh Kaufen Und ja Ich werde das auch definitiv Pfff Hallo Glutenfrei Hallo Das ist safe Das ist safe Das ist safe Wo ist F? F Ach, hier oben ist F Und Ja Also ich gebe keine zu Refunds Okay Also die Sache ist Na, ich habe das U vergessen Oh nein Oh, ich bin Intelligent Wasser Ground Aber es hat nur Splash Truant Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ne, ne, ne Ja Ne, ne Okay Also Wir haben einen Mon Das keine Attacke lernen kann Und wir wissen Dass es viele Pokémon gibt Die Arena Trap und Shadow Attack haben Ja, ne Ist klar Ja, ne Ist klar Ne Ja, ne Ist klar Das ist sadness Das ist sadness Ja, das ist sadness Vor allem wir haben noch andere Wir müssen eigentlich alle unsere Pokémon trainieren Ja Das ist sadness Definitiv Okay Gut Aber das war es dann mit dieser Folge Wir werden nächste Folge ins Cerulean Cave gehen Wir können jetzt sogar hier mal einen Blick auf die Karte werfen Und die sieht genauso aus Mount Moon Cerulean City Rock Tunnel Power Plant Okay, der sieht genauso aus Nice Aber gut Ja Auf jeden Fall Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge bei Pokémon Saru Bis dahin Ciao